Guten Tag liebe Leute und willkommen zur Entscheidung des Buchstaben K der fünften Runde EPEC und wir haben da wirklich nicht viele Spiele zur Auswahl, nämlich nur 10 Stücke und da müssen wir mal gucken, ob da irgendwas Sinnvolles mal rauskommt und es ist die Nummer 3 da haben wir King of Kings 3 King of Kings 3 Server Service Unavable Oho Machen wir gleich auf deinen Kalender, natürlich mein Schatzi Da gucken wir nochmal ganz kurz King of Kings 3 Ja, machen wir auch gleich auf Von Gamigo, es gibt von Gamigo Gut, okay Kriegsmaschine Dann werden wir mal dieses Spiel antesten Die Seite sieht schon mal wieder 0815 aus Von Gamigo, jede Seite sieht wirklich gleich aus Echt Ätze Und wir sehen uns dann die Tage Mit guten Hintergrundgeräuschen, ja Wir sehen uns die Tage, in dem Sinne euer Zorgen Tschüssi Trailer kommt natürlich A kingdom will rise Explore a new world and find allies Fight your way through hundreds of challenging adventures Live among people from around the world Become strong and found a kingdom Become strong and found a kingdom Defeat your enemies and become the king of kings Claim your throne King of Kings 3 The ultimate PvP in clan war MMORPG The ultimate SRS With your own technology Que you will T bastiere a new build Die In The ultimate Leif Pic mit M 게임 inn Win Un Vielen Dank.